Wir sind der letzte Mensch auf Erden, wir sind Sam Stone. Und es wird mal wieder dunkel bei uns. Und was finden wir hier? Raketen, Heilung, Munition, die ich mal aufnehmen kann. Und da drüben noch mehr Munition. Höchstwahrscheinlich kann ich nichts aufnehmen. Genauso, wie es immer ist, wenn ich mal Munition finde. Aber wenn ich sie brauche. Ö-ö-ö-ö-ö, Affen. Da hole ich meine Flinde raus. Haben wir eigentlich einen Granatenwerfer? Wir haben keinen... Oh doch, wir haben einen Granatenwerfer. Wahnsinn! Wir haben den Granatenwerfer. Ich hab gedacht, den hätten wir noch gar nicht eingesammelt nach unserem brutalen Crash. Gott, ich hasse Affen. Ich hasse sie so sehr. Affe. Affe. Na komm. Ach, Mist. Na komm her. Na komm her. Treffer. Noch einer. Irgendwo hier rennt noch einer rum. Da drüben. Dreh dich, Äffchen. Dreh dich. Greif mich an. Oh, da sind zwei. Da sind zwei. Einen hab ich erwischt. Aber der da oben, der... tanzt. An der Stange. Ein kleiner Stripper-Affe. Oh, wie niedlich. Okay, wo gehen wir jetzt rein? Ah, da drüben. Da drüben haben wir einen... Hebel. Und was hab ich damit ausgelöst? Noch mehr Affen. Dann geh ich mal schnell hier rein. Und hier haben wir... Uah! Hui! Einen weiteren Hebel. Ach, du! Kleiner Bobby. Noch einer? Ah. Nein, aber ganz viele Affen. Ich hab ne Überraschung für meine Affen... Freunde. Ich dachte, wir wären Freunde. Wir kleinen Stripper. Und zwar C4. Damit haben sie nicht gerechnet. Und... Ach Mist, komm. Huah! Der hat damit nur noch mehr Antrieb bekommen. Wo sind die hin? Wo sind die hin? Wie konnten die das überleben? Hier ist alles voller Brocken, aber die Affen, die stehen noch. Na also. Wird wohl weniger. Dreh dich. Dreh dich. Sehr schön. Na toll. Und wieder ein Hebel. Jetzt kommen noch mehr Affen. Ey, 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 ey. Ey! C4. Ah, es kommen doch keine Affen mehr. Ich würde sagen, wir holen noch schnell die Munition. Und Lebensenergie. Denn wir kommen ja zum Glück nochmal zurück an die Stelle. Dann hat sich wenigstens das Ganze etwas gelohnt. Und jetzt müssen wir wohl nochmal hier drüben rein. Der hat mich wirklich noch getroffen. Der hat mich wirklich noch getroffen. Hallo? Okay, ich heile mich nochmal schnell hoch und sammle nochmal vier Patronen ein. Die lasse ich mir nicht nehmen. Zack. Und wieder zurück. Aha. Ein Tunnel. What the hell? What the hell? Habe ich schon what the hell gesagt? Oh, oh, oh. Die haben mich im Fokus. Die haben mich im Fokus. Die haben mich im Fokus. Fokus. Nein. Oh Gott. Wie blöd kann man denn sein? Meine Fresse. Wie viele sind denn da unten? Ich sollte auf keinen Fall gegen die Wand schießen. Sowas kommt einfach nicht gut an. Hey, hey, hey. Hey, hey. Ist ja übel. Wir versuchen es mal mit C4. Ne. Oh nein. Komm. Habe ich es raus? Habe ich es raus? Ja, aber warum kann ich es denn nicht in die Luft jagen? Na. Ich brauche Heilung. Was für eine blöde Stelle. Gibt es keinen zweiten Weg oder irgend so einen Plan B? Na, wir haben sehr wenig Granaten für unseren Granatenwerfer. Ich brauche Lebensenergie. Okay, wir versuchen es nochmal. Kann ich nicht irgendwie die Taschenlampe ausmachen und mich da vorbeimogeln? Hört ihr das? Schlimm. Moment, ich brauche nochmal C4. Aber ich muss erstmal meinen C4 hier holen. Eingesammelt und... Äh. Igitt. Ist ja schrecklich. Ich glaube, die sehen mich gar nicht. Außer ich Feuer auf sie. Ja. Scheint so. Scheint wirklich so. Vielleicht muss man die gar nicht töten, sondern einfach... Vorbeigehen. Okay, wir versuchen es. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin doch... Nicht da! Ich sagte doch, ich bin nicht da. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin durch. Man bekommt hier extrem viele Raketen. Nochmal ein Hebel. Und da drüben ist auch noch ein Hebel. Drei Hebel. Es passiert... Es passiert... Es passiert... Etwas. Da sind unsere Freunde. Und die Garagentore gehen auf. Ich... sehe... nichts. Ich feuere einfach mal rein. Ich feuere einfach mal rein. Das läuft. Hier bin ich... Rocking like Serosan. Und... habe ich es geschafft? Ja. Die Lage hat sich wieder entspannt. Wir können einen Schritt weiter. Open the door, please. Na, ist hier irgendwo ein weiterer Hebel. Ah, da. Und was haben wir? Was haben wir? Einäugige Schwestern. Zwillinge. Lecker, lecker, lecker. Ich weiß nicht. Ich mochte noch nie diese... kruften. Ich bin lieber draußen an der frischen Luft. Und... baller ordentlich rum. Denn so trifft man sich nur selbst. Oder sieht einfach gar nichts. Irgendwie macht es keinen Spaß. Ich hole noch mal Raketen. Man weiß ja nie... Man weiß ja nie... Lieber zu viel als zu wenig, wie man so schön sagt. Okay, fünf Stück gehen noch. Und jetzt geht's weiter. Wow. Coole Decke. Und wir rutschen hier runter. Ich wechsle lieber mal auf die Flinte. Nicht, dass ich hier eine Rakete abfeuere in dem Gang. Mh-mh. Eine Rampe. Ein Fels. Indiana fucking Jones. Hui. Wo sind meine Schlangen und Skorpione? Hä? Hä? Eben hab ich doch ein... Schreien gehört. Ah. Ah. Senior Monkey. Das war's. Ein Affe. Bitte mehr Affen. Mhm. Ui. Boah. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Okay. Hier scheint, ähm... Ein Weg zu entstehen. Fertigstellung 2014. Okay. Ja, aber wie komm ich da hoch? Ah, höchstwahrscheinlich hier. Und dann irgendwie... Moment. Ah, ich hab's verstanden. Wir brauchen hier das richtige Timing. Deswegen... ...noch mal den Hebel hier. So. Läuft der Laden. So, jetzt muss ich, äh, da drüben hoch. Ganz schnell. Renn, 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 renn. Renn, kleiner Sam. Komm. Das schaffen wir noch. Und... Woher kommst du? Ich war eben in dem Gang und da war niemand. Woher... ... kommst du? Ich hab keine Zeit... Ah, verdammt du mieser Hund. Und... Ich wollte dich hier ignorieren, aber... ...der hat mir hier gerade... ...die Show versaut. Super, jetzt komm ich nimmer hoch und kann warten. Cut. Läuft das Ding noch? Ja. Ja. Jetzt können wir hier warten. Reden wir über das Wetter. Ziemlich kalt, ne? So in letzter Zeit. Ich dachte erst, es kommt kein Winter, aber dann auf einmal... Bumm. Da war er, der Winter. Und... Es dreht sich wieder jetzt aber schnell hoch und wahrscheinlich steht jetzt wieder ein Skelett. Ich könnte es mir echt vorstellen, dass der wieder entsteht. Ne, diesmal nicht. Und wir jumpen drauf. Und jetzt noch hier rüber. Hopp. Los. Schneller. Mach. Danke. Und... Ja. Wir sind drauf. Da müssen wir hoch. Ich will hier raus. Oh. Sonnenlicht. Na also. H.Q. Do you read me? This is H.Q. Sam? Is that you? You're alive? Hellfire? What's going on over there? Sneak attack. They came out of nowhere. We can't hold out long. Fuck you! They're coming out of the goddamn walls. They're coming out of the goddamn walls. Quinn's dead. Charlie's team is out of commission. It's last stand time. Find a safe place and hold up. If anyone survives, we'll find you. Shit! Hellfire! Hellfire! Over? Oh, it's not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. He tries to mood me. I'll shoot his ass off and hang it on my wall.